wir wissen ja von welcher person wir reden wie alt ist der bruder noch mal ich dachte er wäre älter als er und ich dachte auch er hätte schnabi aber auch nicht jeden fall diese person ganz vielen leuten versprochen zum abiball ihres bruders so vielen sie mit ihrem auto sechs mal fahren müsste und designer passen mehr rein ich weiß nicht die beide man kann damit zwei autos fahren aber ich würde nicht als fahrer gefragt also vielleicht wenn sie so zwei autos gleichzeitig steuern tschüss kurzer recht der tote blutritter paladin meine ich die stand irgendwo blut oder mein zweck wo irgendwas macht es dann wird pariert okay tschüss manche das war aber noch mal knapp ist eigentlich so wie es bei uns in der arena aufläuft wollen wir doch keine hexendoktor mehr die kann man so vielen leuten das versprechen von mir sagt sie immer ich muss lernen nein zu sagen dann hat sie meinen tipp mit ich soll weniger denken scheinbar ernst gemeint ich hab nager nicht die maus aber die tiere die humano- die lebensgestalt ist eine lebensgestalt nein ist ein feld zwar nicht immer ein anderes wort für spezies lebensfrauen deswegen sind wir auch bei zwei Huse aus nicht tagt sondern der nachportier ja ja genau also also die heißt ja nicht yahoo das heißt doch tabu oder nicht ahja tabu ich hab yahoo verstanden yahoo wenn einer das erraten dann muss der andere ganz laut yahoo ruft ich habe auch eine suchmaschine weißt du wie google diese waschungsarten ach ich sterbe ach mein god oh god bitte hilf mir ich kann echt nicht helfen ich habe es allein gefixt glaube ich die situation ist zwar noch nicht vollkommen gefixt aber ich war ungefähr einfach mal 13 sekunden in so einem scheiß Eisblock und kam nicht raus man nennt es gefrierender Kreis ach man jetzt kommt dieser typischer der typische Satz du musst ja nicht ja sagen wenn du nicht willst du musst ja nicht ja sagen wenn du nicht willst wenn es nicht unbedingt krass du meinst du ja noch Zeit gibt um die Alternativen zu finden ach Radiebecken schnell ich bin im Kampf mit ganz ganz vielen oh nein das tut er mir nicht an ihr Schweine oh god ich bin drin ich komm jetzt auch aber aber sollte ich das Schlachtfell Leben verlassen bin ich danach tot ach was wir sehen wie viel Erfahrung ist ist der aufgeschrieben mach ich jetzt grad so ach mal gespannt ach man ich ja weiß wie viel ich auf meinen Hort Typen hab ja maximal 4k ja es ist gut aber insgesamt immer gehabt das weißt du bei ihm ja dann auch nicht vielleicht outmatch der dich immer noch wenn man schon Ehre braucht kann man mich gar nicht ausmatchen na ist doch was cool na Ehre ist für die Noobs gehen wir direkt am attack menschen mhm ich führe diesen gewaltigen kreuzzug an folgt mir warum werde ich hier überholt wie kann das sein hä aber komisch ja aber koscher Nein, du bist bei mir noch zu viel weiter hin. Jetzt überholst du den? Nee, dann nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, die ich tun kann. Achte mal drauf, wer gleich einen Shark kriegt. Achte mal kurz drauf. Achte mal drauf, wer es erst kriegt. Oh, koscher! Oh! Oh yeah! Ich bin schon im Kampf, das seh ich. Ich hab klasse und Stil geschickt. Ich auch. So. Stimmt ja gar nicht. Stelle? Nee. Ruf. Feld mit vier Buchstaben. Feld, ja richtig. Das sind die Gegner, ne? Wir müssen vielleicht doch schnell schmiedeln. Hier sind einfach zu viele. Folge mir. Ah, jetzt kommen da ganz viele. Zurück. Ja, ist ein Bewegungskrieg. Ich schnapp mir den Hunter hinten und dann haben wir es. Ich sterbe nicht sofort. Puh, diesmal hab ich Handauflegen im rechten Moment eingesetzt. Irgendjemand hat mein Sieg näher gesehen, also mein Dingens. Okay, schmiedeln? Ja. Nein, tschuldigung nicht. Ich bin an der Flagge. 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 Nein. Nein. 500 Ehrenhaften Sieg So, wie sieht's aus? Fein, wenn wir mal Freunde aufbauen Jupp, jupp, jupp Jupp Oh, oh Ja, wir reiten schnell mit Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht Schmied abdriften Ja, driften, danke Da können wir nichts ausrichten Ist ein Feind, gegen den wir nichts ausrichten Hinter uns Ja, ich bin ziemlich hinter uns Okay, da kommen wir Na, ich wurde drangezogen Ihr kommt nicht vorbei Oh Gott Exekute, so werde ich fast, ne Exekute, na Na Ha, 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 ha Guter Ha, 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 ha Hier steht niemand Soll ich es nicht erlaube Ha, 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 ha Puh Guter Kampf, guter Kampf Na gut, der Mann, der Pool Das ist noch nicht vorbei Es ist noch nicht vorbei Okay, ich würde sagen, wir treiben den jetzt so mit runter bis zum Hoch Ich würde sagen, wir treiben den jetzt so mit runter bis zum Hoch Ich würde sagen, wir können die Frauen retten Ich würde sagen, wir können die Frauen retten Was ist das für eine schule Scheiße Warum kann der hier durchschieben? Hhhhh Kühle wird reingezogen Oh, ja Oh, mich hat irgendwas genügt Das ist jetzt nicht passieren Das stimmt, Kaule Ah, ich habe 2000er Krits direkt ineinander geblickt Nein Nein Ich gehe nicht Nein Wurde zehn Sekunden Ah, nice Also, ne Nicht böse, guck mal It's all about the healing vor dem Kampf macht dann Kings Das mache ich den jetzt mal Ja Todesrider Ruf in die Schlacht, in die Schlacht, wenn niemand hat dran gedacht. Oh, holy shit, das war ne Falle, 8 Sekunden, oh, der war ein Todesdann, ne, aber ich wurde reingezogen, ne, das weiß ich nur.